Hallo. Hallo. Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und ihr? Sehr gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Adriana. Wie alt bist du, Adriana? Ich bin 16 Jahre alt. Gut. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Wie heißt dein Bruder? Mein Bruder heißt Mihai. Mein Bruder, ja. Okay. Hast du Hobbys? Ja, mein Hobby ist Leichtathletik. Okay, sehr interessant. Wie findest du Leichtathletik? Ich finde Leichtathletik toll. Seit wann treibst du Leichtathletik? Ich treibe Leichtathletik seit zwei Monaten. Okay. Wie heißt dein Lieblingssänger? Mein Lieblingssänger heißt Alexander de Leon. Sein Künstlername ist Bons. Er ist ein Poprock-Sänger, aber nicht sehr bekannt. Er hat nur fünf Sololiter veröffentlicht. Aber sie sind sehr schön und berufigend. Er ist am 8. April geboren in Las Vegas. Und er ist 28 Jahre alt. Er ist der Hauptsänger von der Türkei Band. Er hat ein rechteckiges Gesicht, kurze und schwarze Haare, runde Augen und er ist mittlerer Größe. Er ist nicht nur Sänger, sondern auch Wiederschreiber. Er hat einen persönlichen Blog und seine eigene Kleidung. Okay, sehr interessant. Tschüss. Tschüss.